Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um die besten Minibacköfen auf dem Markt. Ich präsentiere euch meine Top 7. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und euer Feedback in den Kommentaren zu hinterlassen. Aktiviert die Glocke, um keine meiner neuen Videos zu verpassen. Lasst uns gemeinsam in die Welt der Minibacköfen eintauchen und meine Top 7 Modelle entdecken. Viel Spaß! Der Stillstern Minibackofen überzeugt mit seiner Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit. Mit 45 Litern Fassungsvermögen ist er ideal für größere Mahlzeiten oder Pizzen bis zu 32 cm Durchmesser. Ein großer Pluspunkt ist die Umluftfunktion für gleichmäßige Hitzeverteilung und perfekte Back- und Bratergebnisse. Es stehen 13 verschiedene Funktionen zur Auswahl, darunter Auftauen, Warmhalten, Grillen, Toasten, Garen und Drehspieß für saftige Braten oder Hähnchen. Der Minibackofen ist einfach zu bedienen mit übersichtlichen Bedienknöpfen und klarem LCD-Display. Der 8-Stunden-Timer ermöglicht es, Gerichte genau zum gewünschten Zeitpunkt zu garen. Ein weiterer positiver Aspekt ist das mitgelieferte Rezeptheft mit köstlichen Gerichtsideen. Leider ist der Minibackofen aufgrund seiner Größe etwas sperrig und könnte Platz in der Küche einnehmen. Außerdem könnte die Lautstärke des Lüfters während des Betriebs etwas laut empfunden werden. Der Ecoser Minibackofen ist ein kompakter und leistungsstarke Helfer in der Küche. Mit 1000 Watt und 10 Litern Fassungsvermögen ist er ideal für kleine Haushalte, Singlehaushalte oder als zusätzlicher Backofen für Snacks und kleine Mahlzeiten. Dieser Minibackofen wird mit Backblech und Grillrost geliefert, sodass man direkt loslegen kann. Die Möglichkeit Pizza zu backen macht ihn zu einem vielseitigen Pizzaofen, der Pizzaliebhaber begeistern wird. Die Temperatur ist einstellbar von 90 Grad bis 230 Grad Celsius und der 60-Minuten-Timer mit Signalton ermöglicht präzise Zeitsteuerung beim Backen oder Aufwärmen von Speisen. Ein großer Pluspunkt ist das aufklappbare Krümelblech, das die Reinigung des Backofens erleichtert und für eine saubere Arbeitsumgebung sorgt. Der Ecoser Minibackofen passt mit seinen kompakten Abmessungen problemlos in jede Küche, selbst wenn der Platz begrenzt ist. Ein kleiner Kritikpunkt könnte die begrenzte Größe sein, die die Zubereitung großer Mahlzeiten einschränken kann. Zudem könnte die Wattzahl von 1000 Watt für einige Backvorgänge etwas niedrig sein. Der Steinberg Minibackofen mit 25 Litern Fassungsvermögen überzeugt durch Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit in kompakter Größe. Mit der Möglichkeit als Pizzaofen, 3-in-1-Backofen oder Minibackofen verwendet zu werden, ist er äußerst vielseitig und ideal für verschiedenste Gerichte. Die Kombination von Ober- und Unterhitze und Konvektion sorgt für gleichmäßiges Backen und Braten der Speisen. Der Steinberg Minibackofen verfügt über einen praktischen 60-Minuten-Timer für genaues Timing beim Backen, sodass man die Speisen optimal zubereiten kann, ohne sie ständig im Auge behalten zu müssen. Ein weiterer positiver Aspekt ist das mitgelieferte Krümelblech, das die Reinigung des Backofens erleichtert und für ein sauberes Arbeitsumfeld sorgt. Mit 1600 Watt ist dieser Minibackofen leistungsstark und ermöglicht schnelle und effiziente Zubereitung von Speisen. Die Bedienung könnte für manche Benutzer etwas kompliziert sein, insbesondere wenn sie nicht mit den verschiedenen Funktionen vertraut sind. Die Größe des Backofens könnte für einige Haushalte möglicherweise zu groß sein, besonders wenn die Platzverhältnisse begrenzt sind. Der Minibackofen mit 13 Litern Fassungsvermögen ist ein kompaktes und leistungsstarkes Küchengerät, ideal für kleine Haushalte, Singlehaushalte oder als zusätzlicher Backofen für Snacks und kleine Mahlzeiten. Mit einer Temperaturspanne von 60 bis 250 Grad Celsius bietet der Minibackofen ausreichend Flexibilität für verschiedene Back- und Kochanforderungen. Der eingebaute Timer ermöglicht präzise Zeitsteuerung beim Backen oder Aufwärmen von Speisen, damit deine Gerichte perfekt zubereitet werden, ohne ständiges Beobachten. Ein großer Pluspunkt ist das aufklappbare Krümelblech, das die Reinigung des Backofens enorm erleichtert und für eine saubere Küche sorgt. Mit 1200 Watt Leistung erzielt dieser Minibackofen in kurzer Zeit köstliche Backergebnisse. Die kompakte Größe ermöglicht eine leichte Aufbewahrung und passt in jede Küche, selbst bei begrenztem Platz. Ein kleiner Nachteil könnte sein, dass die 13 Liter Fassungsvermögen für einige Gerichte etwas begrenzt sein könnten, besonders wenn du größere Portionen zubereiten möchtest. Der Stillstern Minibackofen mit Umluft in der deutschen Version beeindruckt durch hochwertige Qualität und Vielseitigkeit. Mit 45 Litern Fassungsvermögen bietet dieser Minibackofen ausreichend Platz für große Mahlzeiten, Pizza oder Backwaren. Ein großer Pluspunkt ist der Airfryer-Einsatz, der eine gesunde und fettarme Zubereitung von Speisen ermöglicht und eine tolle Alternative zum Frittieren darstellt. Die Umluftfunktion gewährleistet gleichmäßige Hitzeverteilung für perfekte Back- und Bratergebnisse. Die Möglichkeit, den Minibackofen als Toaster, Grill und sogar als Pizzaofen zu verwenden, macht ihn äußerst vielseitig und ideal für Campingausflüge oder zusätzlichen Backraum. Die Innenbeleuchtung ermöglicht es, den Garprozess im Auge zu behalten, ohne die Tür öffnen zu müssen. Mit 2000 Watt Leistung ist dieser Minibackofen leistungsstark und ermöglicht schnelles und effizientes Kochen und Backen. Ein möglicher Nachteil könnte die Größe des Backofens sein, der für einige kleinere Küchen möglicherweise zu groß sein könnte. Zudem könnte der Preis etwas höher sein im Vergleich zu anderen Minibacköfen mit ähnlichen Funktionen. Der Minibackofen mit 20 Litern Fassungsvermögen ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Küchengerät, das sich ideal für kleine Haushalte, Singlehaushalte oder als zusätzlicher Backofen eignet. Mit der 3-in-1-Funktion, die als Pizzaofen, Minibackofen und mit Umluft verwendet werden kann, bietet dieser Backofen eine breite Palette von Zubereitungsmöglichkeiten für verschiedenste Gerichte. Die Temperatur kann im Bereich von 100 bis 230 Grad Celsius eingestellt werden, was genügend Flexibilität für diverse Back- und Kochanforderungen bietet. Die Ober- und Unterhitze sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und ermöglicht somit perfekte Backergebnisse. Ein großer Pluspunkt ist das herausnehmbare Krümelblech, das die Reinigung des Backofens erheblich erleichtert und für eine saubere Küche sorgt. Mit einer Leistung von 1380 Watt ist dieser Minibackofen leistungsstark genug, um in kurzer Zeit köstliche Backergebnisse zu erzielen. Die kompakte Größe des Minibackofens macht ihn leicht zu verstauen und passt problemlos in jede Küche, auch wenn der Platz begrenzt ist. Ein möglicher Nachteil könnte sein, dass die 20 Liter Fassungsvermögen für einige Gerichte etwas begrenzt sein könnten, insbesondere wenn ihr größere Portionen zubereiten möchtet. Zudem könnte die Betriebslautstärke des Lüfters während des Gebrauchs als etwas störend empfunden werden. Der Stillstrand Minibackofen mit Umluft in der deutschen Version ist ein hochwertiges und vielseitiges Küchengerät, das mit seinen Funktionen und der kompakten Größe beeindruckt. Mit einem Fassungsvermögen von 25 Litern bietet dieser Minibackofen ausreichend Platz für die Zubereitung von Mahlzeiten, Snacks oder sogar Pizzen. Die Umluftfunktion sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und somit perfekte Brat- und Backergebnisse. Ein großer Pluspunkt ist der inkludierte Frittierkorb, der eine fettarme Zubereitung von knusprigen Pommes, Nuggets und anderen Leckereien ermöglicht und eine tolle Ergänzung zum Backofen ist. Der Minibackofen verfügt über einen praktischen 2-Stunden-Timer, der eine genaue Zeitsteuerung beim Backen oder Aufwärmen von Speisen ermöglicht. Im Lieferumfang enthalten sind Ofenhandschuhe, die für zusätzliche Sicherheit beim Umgang mit heißen Gerichten sorgen. Zusätzlich wird ein Rezeptheft mitgeliefert, das den Benutzern Inspiration und Ideen für eine Vielzahl köstlicher Gerichte gibt. Mit einer Leistung von 1500 Watt ist dieser Minibackofen leistungsstark genug, um schnelle und effiziente Backergebnisse zu erzielen. Die kompakte Größe des Minibackofens macht ihn ideal für Campingausflüge oder wenn zusätzlicher Backraum benötigt wird. Ein möglicher Nachteil könnte sein, dass die 25 Liter Verfassungsvermögen für einige Haushalte möglicherweise etwas begrenzt sein könnten, wenn ihr große Portionen zubereiten möchtet. Zudem könnte die Bedienung für manche Benutzer etwas kompliziert sein, insbesondere wenn sie nicht mit den verschiedenen Funktionen vertraut sind. Vielen Dank, dass ihr euch mein Video über die besten Minibacköfen bis zum Ende angesehen habt. Ich hoffe, dass ihr einen guten Einblick in die verschiedenen Modelle habt und dass ihr die vorgestellten Features und Funktionen inspiriert habt. Um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da und sagt uns gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um benachrichtigt zu werden, wenn ich neue Videos hochlade. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kochen!